Eine entspannende Auszeit vom Alltag in angenehmer Atmosphäre. Lassen Sie im Kosmetiksalon Irene Elsner die Seele baumeln. Inmitten der malerischen Altstadt von Koblenz hat die erfahrene Hautspezialistin neue Räumlichkeiten eröffnet, in denen man sie herzlich willkommen heißt. Hier werden nach eingehender Beratung und dermazeutischer Analyse individuelle Hautbehandlungen auf höchstem Niveau durchgeführt. Ob Haarentfernung oder Permanent Make-up, Mesopuration oder Diamant-Mikrodermabrasion, ihr Äußeres wird in neuem Glanz erstrahlen und ihnen zusätzliche Lebensfreude bescheren. Um den begeisterten Kunden die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen, nimmt Irene Elsner an zahlreichen Fortbildungskursen teil. Zudem setzt die erfolgreiche Unternehmerin bei Pflegeprodukten auf die innovativen Marken C&C Cosmetic und La Mer, welche nur beste Wirkstoffe enthalten. Kosmetik Irene Elsner – zu Ihrem Wohle